Hallo Leute, im Hintergrund rauscht der, ich wollte gerade sagen, der Vibrator, nein, der Ventilator. Ja, ist ein heißer Tag heute. Ja, ich habe eben mit Schrecken festgestellt, dass Cyrus komischerweise nicht mehr unter uns ist und diverse andere Personen, denen man nachsagte mit Cyrus in Verbindung zu stehen, auch nicht mehr da sind. Und das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, weil Cyrus ist mir inzwischen sehr sympathisch geworden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Jo, weg ist er. So, jetzt habe ich mir überlegt, machst du heute Abend mal Livestream. Ich, Leute, ich kann euch noch nicht versprechen, ob es hinhaut, weil ich habe den nächsten Bandscheibenvorfall und linke Flosse ist völlig lägiert und linke Seite steht in Flammen, gefühlt mäßig. Ich hoffe, das Rauschen stört euch jetzt nicht allzu sehr. Ich versuche laut zu reden. Und ja, wie gesagt, kann sein, dass ich so gegen 17, 17, 30 non-stream raushau. Also, wir werden es sehen. Okay, ich wünsche euch Spaß. Bis dann. Ciao.